Wenn ich zurückdenke, die ersten Fragen, wie ich die Photovoltaikanlage vor circa 23 Jahren gebaut habe, die erste Frage war, ja rechnet sich das? Dieser Wechselrichter ist damals ein Prototyp gewesen und wir haben vereinbart, dass wenn dann die Serienreife beginnt, dass dieser Prototyp auf ein serienreifes Modell ausgetauscht wird und dieses Modell, ich glaube das war der Sunrise 2000, läuft heute immer noch bei mir und das ist jetzt, ich glaube über 23 Jahre und hat eigentlich keine Ausfälle. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Wechselrichter. Natürlich, wenn ich rundherum schaue, sieht man überall viel bessere Modelle, die schon einen besseren Wirkungsgrad haben, aber ich werde ihn nicht wegschmeißen, er funktioniert bestens. Mein Name ist Franz Ammersdorfer, ich wohne in Zwettl an der Rodl und ich bin 24 Stunden Sonne. Untertitel amwurf. Vielen Dank.